22 Jahre jung, kroatische Nationalspielerin und für viele die schönste Fußballerin der Welt. Anna-Maria Markovic spielt für die Grashoppers Zürich in der Schweiz und begeistert mit heißen Bildern auf Instagram ihre über 700.000 Follower. Eine serbische Zeitung bezeichnet sie schon unumwunden als blonde Bombe. Bei solchen Bildern kein Wunder. Für ihre Schönheit gefeiert zu werden, schmeichelt der 22-jährigen Kroatin. Als sexiest Fußballerin beschrieben zu werden, passt Markovic dagegen nicht. Das erzählte sie im Interview mit dem Portal 20 Minutes. Als Grund nennt sie ihre Familie und deswegen würde sich die 22-Jährige auch nicht für den Playboy ausziehen. Sie sagt, damit könne sie nicht leben. Doch wenn Markovic ihre Fans mit solchen Fotos verwöhnt, wird sie den inoffiziellen Titel als schönste Fußballerin der Welt so schnell nicht verlieren.